Nur noch mehr zum Lachen, wie ihr das Spiel ernst nimmt. Ich habe gestern eine 40-Kill-Runde gehabt. Fragt mich nicht, warum. Von jemandem so wie Manuel hier, ne? Der gute alte Manuel. Und dann sucht man mal seinen PSN-Namen raus, weil er vergessen hat, seine alten Livestreams von damals zu löschen. Und klickt dann mal drauf. Ja, hier ist der Kommentar gewesen unter einem YouTube-Video von mir. Und dann gehen wir drauf. Was sehen wir hier? 0,94er-KD. Und glaubt ihr, er hat 40 Kids in Rebirth gemacht, wie er es hier geschrieben hat? Eine 40-Kill-Runde. Weiß ich ja jetzt nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Genauso unter den ganzen Videos. Ich freue mich einfach auf diese Leute wieder, die so schreiben. Ja, in diese Lobbys hätte ich auch so viele Kids gemacht. Und damit meine allerliebsten, jüdsten, besten. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer erneuten Reaction. Und zwar, ich weiß gar nicht, was mit Felix in letzter Zeit los ist. Also, wenn ihr jemanden nicht auf Twitch folgt, er streamt auch jeden Tag von 13 bis 17, 18 Uhr oder so. Er hat einfach wieder einen Rekord gebrochen. Weltrekord. 60 Kills und 126 Teamkills in Buyback. Komplett krank. Der zweite Rekord, Rekord um Rekord. Komplett krank. Wir haben letztens erst auf ihn reagiert. Und auch unter den Videos, unter dem Chris-Video, unter Chris-Reaction waren wirklich sehr interessante Kommentare. Nur zu empfehlen, sich das mal reinzuziehen. Und ja, ich freue mich auf das Video. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Felix da wieder abgerissen hat. Lasst gerne positive Werte und kostenlos Abo da, wenn ihr meine Reactions feiert. Und wenn ihr die Videos feiert, schaut bei Felix vorbei. Und schreibt in die Kommentare, was euer Weltrekord ist, was euer aktueller Kill-Rekord ist auf Caldera. Meiner ist, ich glaube, leider nur 1,20. Ist bisher Caldera, heute war auch wieder heftig im Stream. Teilweise richtig gechokt, aber... Willkommen zu einem neuen Warzone-Video. Egal, das soll nicht das Thema sein. Zwei weitere Weltrekorde für euch. Einmal einen neuen Personal-Kill-Rekord für mich. Und zwar 60 Kills in Buyback-Squads auf Caldera. Unfassbar kranke Runde. Und andererseits noch die meisten Kill. Kills zusammen in einem Team... Ach, die 60 waren so ein PR, okay. ...126 Stück haben wir zu viert gemacht in Quads Buyback. Das ist aktuell der Weltrekord auf Caldera. Sehr, sehr kranke Runde. Jetzt würde es wahrscheinlich noch sehr viele Leute von euch interessieren, in was für einer Lobby das Ganze entstanden ist. Das werde ich euch jetzt mal einblenden. Das Ganze könnt ihr bei Warzone-Stats nachgucken. Und auch natürlich die Rekorde nachgucken bei Quads gegen Quads. Ne 0,6,4er-KD. Buyback. Erstmal natürlich dickes Küsschen noch an... Krank, Alter. Schaut mal hier. Da steht's. Also es ist ein offizieller... Ein offizieller Weltrekord. In einer 0,6er-Lobby. 126 Teamkills. Mit Zylkicks. Ne, die Ankert-Legende. Erstmal natürlich dickes Küsschen noch an mein Team, was super gut supportet hat. Und natürlich auch ohne die dieser Weltrekord in Teamkills nicht zustande gekommen wäre. Aber auch der Per-Player-Kill-Rekord mit 60 ist damit aufgestellt und unfassbar krass. Das Ganze ist im Gegensatz zum letzten Weltrekord beim 49.0 war es keine VPN-Lobby. Möchte ich hier auch nochmal gesagt haben. In dem Fall war es jetzt eine VPN-Lobby, um diese 60 Kills zu schaffen. Trotzdessen hatten wir letztes Mal eine einfache Average-KD. Diesmal hatten wir eine einfache Average-KD. Und man muss trotzdem dieses Gameplay erstmal schaffen. 60 Kills. So, und ich freue mich schon so auf die Leute. Es gibt wirklich Leute, die ungelogen der Meinung sind, sie würden das auch hinkriegen, wenn sie so in der Lobby spielen würden. Genauso wie dieser Marlon. Genau solche Leute schreiben das. Wir sind wirklich so gut wie am Rande der Möglichkeiten. Viel mehr geht nicht. Ein paar Szenen kann man immer besser machen. Aber overall, wirklich hat man geisteskrank viel Glück gehabt, wenn man so ein Gameplay erspielt hat. Aber natürlich auch ein bisschen Skill gehört dazu. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit dem Gameplay. Falls ihr noch auf dem Kanal seid, gerne noch kostenlos abonnieren. Und jetzt genießt die zwei Weltrekorde. Unfassbar geil. Das war noch vor der Season 2, ne? Da war Brandmoni nochmal stärker. Sag nie wieder, lass ich ein Game. Zygix, glaube ich, ist auch geil als Team-Mate, Alter. Oh, die gute Seite brennen. Wisst ihr, was ich liebe? Wenn die Leute nicht am Anfang direkt beim Shop droppen und schön noch ein Respawn am Anfang haben. Wisst ihr, was ich liebe? Wenn einfach ein dickes, fettes Absatz zu neuen Seasonen online kommt, es unfassbar viele Patchnotes gibt, unglaublich viele Waffen oder Aufsätze generft worden sind und die Brenn und MP40 trotzdem weiterhin Meta sind. Wow, geil. Lieben wir. Wer spielt nicht gerne zehn Wochen lang die gleichen Meta? Oder Chat? Einzel-Chat. Perfekt, am besten ist meine Cam-Helfer genau über seiner Fresse. Merkt euch das. Wenn mir das noch ein einziges Mal passiert, dann mache ich ein Giveaway. 100 Euro Giveaway, okay? Merkt euch das jetzt. Wenn ich noch einmal eine Reaction mache und am Anfang ist meine Facecam über der... über der Facecam des Protagonisten 100 Euro Playstation-Guthaben-Giveaway oder Xbox oder so. Mein Heli wäre explodiert übrigens. Machen wir uns nichts vor. Ja. Stylers. Stylers in der Lobby gewesen gerade. Oh, das war stark. Das war stark. Geil. Oh, ich habe das Resin so spät gehört. Ich dachte, die sind da drin. Buyback auch so ein guter Modus einfach. Schön. Sehr, sehr wild. Oh. Ja, easy. Brenn ist gefühlt immer noch genauso krass wie da gerade. Kommt der da überhaupt wieder hoch? Public gerade einfach bei mir. Ja, ist wirklich public. Also TDM public einfach. Nichts gehört. Guck mal, wie viele Leute auf der... Oh mein Gott. Holy fucking shit. Guck mal, wie viele Leute auf der Map gerade zu sehen waren. 11 Kills bei 128 live. Alles guuut. Oh mein Gott, ganz wichtiger Kill bei mir. Nein. Ja. Der Slide-Kennstens-Seite war so wichtig, Alter. Felix, sollen wir die Kills feeden? Also ich meine, das ist eigentlich 360er. 360er, wurde schon mal gecalled. Wenn du den Tower hier nicht angreifst, ist alles gut. In der Tower sind noch sehr viele, da gehe ich jetzt ganz klar. 360er. Ich bin so halb im Boden per sehnten einfach. Zygix, Zygix und Felix und Ben. Ich weiß nicht, wer der vierte Mate war. Ich glaube, ich habe den noch nicht gehört. Vielleicht war es auch der andere, der geredet hat. Auch einfach so ganz entspannte Jungs. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eh so ein Ding. So die besten Spieler sind immer so ruhig beim Zocken. Aber genau das Gegenteil von mir. 16 Kills. Oh mein Gott, so viele Leute bei mir, Jungs. 16 Kills, 102 live. Das kann nicht wahr sein. Schmeckt. Er spielt auch die ganze Zeit einfach Solo. 18 Kills. 19 Kills. Der Gertz-Termal ist halt auch krank, ne? Aber ich schwöre euch, die Brand ist fast noch genauso stark nach dem Update. Ich reg mich tieferisch auf über den Waffenderf. Ganz, ganz stark. 21 Kills. Aber er hat jetzt meinen Kill-Record einfach schon eingestellt. Er hat noch 80 live. Galli-Grün in die Runde. Ich bin so gebrochen heute von WoW-Zen, aber wenn ich das wieder sehe, bekomme ich wieder ein bisschen Bock. Kennt ihr das? Nein. Oh mein Gott. Als ob sie... Nein. Wie eine Krabbe hat er sich umgedreht. Oh mein Gott. Sehr, sehr belastener Tod. Wie eine Krabbe. Bro, will der Team sich auch mal bewegen? Da werden seine Waffen erst mal wieder geholt. Klare Geschichte. Ja, ohne Perks zu spielen ist das natürlich jetzt eklig, ne? Oh mein Gott. Wirklich bläst. Bläst mit dieser Lobby. Aber selbst für VPN finde ich nicht so Lobbys, ne? Und dann würde ich schön meine 15 Kills machen. Und euch so den Upload reindrücken. Wichtig für das Ego auch der Clip. Warte, will ich jetzt nicht. Er ist einfach ausgestiegen. Schön. Ich hatte keinen Plan, sorry. 24. Dieter, Parker, Park. Danke, bei deinem Follow-End. Willkommen zu. ich wollte schon sagen wie hier wird sich die minute viele leute vor ihm es sieht auch so smooth aus na das liebe ich bei felix weil es generell so bei guten spielern sie sind einfach so konzentriert so viel drin im modus 30 gleich schon du bist jetzt wirklich mal gang zurückschalten ich liebe 60 live noch 30 30er bomb jetzt big bau und ich konnte mich nicht hinlegen richtig ich land direkt wieder bei dir zwei eklige tode ja ich kenne den einen kotz und dann nehme ich meine da wäre so viel los gewesen man es mir ja das ich kann nicht zu dir ich gehe zum was ich heute auch für den tod hat das glaubt er nicht wirklich das glaubt also was was wir was für ein team wir heute gefunden haben im stream das glaubt er ist ja das video wird auch noch online kommen unfassbar der eine hat hier selbst den hole ich mir nice der macht doch das doppelte an seinen kids was ist jetzt in der schnittfehler grüß an den cutter ich kann die krone geholt ich muss auch wieder brand spielen machen wir uns nichts vor 30 jetzt lassen die auf jeden fall schon mal vier sports wenn sogar das ist wirklich worden in million ich weiß nicht wohin ist ich weiß nicht wohin ist bei mir kriege ich jetzt gar keine kills mehr zu machen schmeckt ich geh an shop davon und hol einfach advanced durchgehen 38 kids oh mein gott aber ue hat mich heute so abgefuckt in ich geh hin ich kill keinen nein ist das kram ich geh deine firma schluss ich geh deine firma schluss einer ist auf dem balkon hier 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 auf dem balkon die anderen fliegen ne gut warte ich hole den am balkon wichtig nur krabben unterwegs ich glaube der drop 10 aber nicht nehme ich mal mit mit dem truck fahr 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 das ist ja so wichtig das ist ja so wichtig unten 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 ich muss mich kurz play den live machen ich fahr einfach nur vor ihnen er ist genau der macht Geile Teamarbeit, der hat keine Macht, der guckt nur. Nein, das ist ja wichtig gewesen. Ich kann keine Biggames mehr machen, es geht nicht, es geht nicht. Auf grün war das gut, ich glaub da dran, oder? Warte, nehm ich mal mit, wir müssen den hier links töten, Klaus, und da müssen wir reinfahren. Scheiße, den fahr direkt weiter. Ich dachte gerade, ich kann unauffällig einfach mal eben so hier knibbeln und das abreißen. Jetzt blute ich einfach wie so ein 8-Jähriger, der seine Nägel beißt. Reden wir nicht drüber, okay? Aber ganz ehrlich, jetzt so unter uns, so vom Streamer oder YouTuber zur Community, Fingernägel schneiden ist schon was für Opfer, oder? Also wir knibbeln schon, oder? Also wenn ihr nicht knibbelt, dann knibbel ich auch nicht. Aber knibbelt ihr? Ernst? Ich töte den hier unten, ich war der hinter mir fackt so ab, das ist ja auch so. Ich war ja noch nie in dem Gebäude drin. Ja, same, ich hör grad sagen, was ist das denn? Ey, lass mal Geld da in den Shop droppen, dann kauft er vielleicht. Lass die hier einfach leben, lass die hier einfach leben, ich geh zu Capital rein. Weil die werden wir dann als letztes einfach töten. Ich war grad in den Chat gucken, ich bin komplett gestört. Oh mein Gott, der Wicht gekauft, zwei Milliarden die Pro. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Nein! Wir müssen auch noch Geld für Rebuy haben. Liga, das kann ja nicht sein, wie kann man denn so lang nicht sein? Bleib ganz hinten, bleib ganz hinten. Ich würde spätestens jetzt so choken, weil alles drauf ankommt. Hinter mir ist auch kein Shop, ist noch der vor mir. Oh, kleiner Geek am Start gewesen. 45 Kills, lass uns hier schön machen im Haus. Keiner schaut ihm zu. Nein. Nein. Nein, Felix. Nein, das kann nicht sein. Schnellster Dropshot aller Zeiten. Mach mal eine Drohne an, mach mal eine. Kauf mich, kauf mich, kauf mich. Kauf mich und mach eine Drohne an. Mach Info. Oh mein Gott, da oben auf der Straße. Warte, muss mich das irgendwie, kann sein, dass du jemanden tönen musst. Komm mal zu mir, ich geb dir meine Waffen. Er ist hier gelandet. Oh mein Gott. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Ich hab heute mit der X-N4 so high-aimt. Seh am 50 ist auch wieder krass, ne? Oh mein Gott, ich bin weggekommen. Auch in Season 2 noch gut, glaube ich, trotz nerf. Wieder one. Einen hab ich noch. Ich hab 3-Bot. Ey, ich brauch Platten, Typhon. Ich brauch Platten. Ja, mit Samu. Ey, bei der Supply-Bot. Die müssen jetzt kommen, die müssen move'n, die müssen move'n. 47 Kills. Lass mich zur Not kill'n einfach. Ich hab hier noch ein bisschen. Easy. Aber einer lebt er noch, oder? Ja, ja. Einer lebt er noch, oder? Einer lebt er noch, oder? Einer lebt er explosiert, oder? Oh, und wie es war noch einer? Bro, was ist das? Wir sind noch zwei Squats gleich. Typhon ist hier noch einer? Hm, ich check grad, ne. Das ist nichts zu fahren, Alter. Ich hab keine Eier-Amonie mehr. Hier links muss ein Team hoch. Ich brauch Hilfe. Ja, ja, Mo, geben. Warte, warte, warte. Ich hab zwei. Hier ist noch einer noch. Hier ist noch einer noch. Hier ist noch einer noch. 5, 10, 50. Warte, dann hab ich. Ist mir sprachlos, ne? Wir sind auch noch, weil ich komm direkt vorne. Warst du ne geile Teamarbeit auch? Ja, ja, ja. Und zwei Platten bei mir. Oben aufm Berg, die gucken auf uns. Ich brauch Muni, Muni. Ah, ja, Muni, das sind noch keine. Peter, die hast du 250. Ja, alles gut. Wir gehen jetzt hier den Berg hoch. Die rechts von uns gucken schon auf uns. Filmst du ne live? Ja, ey, rechts, rechts, rechts. Boah, so ein geiler Recall. Warte, den rechts close hole ich. Wo ist er? Geile Musik im Hintergrund. Der ist runtergedroppt. Ich hole ihn. Tötet die nicht, töte nicht. Da oben hab ich einen Nock gehabt. Nee, der ist cool. Der ist AFK. Krabbe. 53 kids. Boah, der ist AFK. Du kannst du maybe einfach beamen. Ja, warte. Ja, ich bin unten. Ich bin unten. Ich hab hier keinen Engel auf ihn. Warte, warte. Ich komm hoch. Ich komm hoch. Neun. Neun Gegner noch. Wuhu. Tower. Ich bin dead. Nein, nicht Tower. Oben, Berg. Oben, Berg. Ich glaube nicht. Den hole ich fast. Hier unten auch noch. Hier unten auch noch. Hier unten auch noch. Das war ein Fehler. Habe ich. 55 kids. Ich kann 60 kids. Ich kann 60 kids. Ich kann 60 kids. Nochmal Tower, dass sie nicht abfacken. Ich fass es nicht. Ich bin nach Frack Grenade gehittet. Team, äh, Team, Team, Team so geil gerade. Oben im Tower, Alter. Das kann ich mir vorstellen. Ich hab Eieharmonie. Ich hab Eieharmonie. Ich hab Eieharmonie. So ein geiles Gameplay, Alter. Ihr müsst, also... Müsst ihr echt bei Felix... Was der auf Caldera abreißt, komplett krank. Also wenn ihr es euch auf den Sack geht, wie Matze, Chris, Floyd, Icke, D-Rock, wie wir alle rumheulen, Alter. Über die Map und so. Felix Reiss performt jeden Tag immer noch so krank. Sprung, auf dich. Sprung, genau bei mir. Stark. Hab ich. Ehre von Teammate. Noch einer, noch einer. Gleich mal, gleich mal. Ja. Der ist interblooded. Schmeckt? Hier, hier, hier. Einer wieder hochgesprungen. Jetzt auch ein bisschen paniken. Einer wieder obendrauf. Einer wieder üben. Du kannst hier aber hoch springen. Drei Kids. Ah! Nein, nein, nein. Okay, Typhoon, du musst eintun. Oh mein Gott. Schön. Nein. Ja, der eine ist unter euch. Hier links. Die letzten zwei. Nein, der hat fast geschockt. War ein bisschen zu aufgeregt, glaube ich. Der eine ist grün gewesen. Digga, wirklich. Die Hände werden so nass und so das wird schön. Ich muss kurz aufs Dach gehen. Oh, hast du Platten noch? Ja, das war's. Ja, ich hab hier nicht full plates. Ich bin runtergefallen. Ist unter uns drin jemand? Ja, unter uns drin ist jemand. Oh mein Gott. Einer noch. Einer noch. Einer noch. Einer noch. Gib mal an. Der letzte Kill, stell dir vor, der schüttert dann falsch an. Bent hat 68k. Der müsste genau grün sein, ungefähr. Hier, hier. Ja. Ah! 60 Kills. Boah, er muss so aufgeregt gewesen sein. Digger, wie du... Junge, ich hab so Arschblattern grad bekommen, als die beiden gelockt wurden. Ich dachte, wir müssen das machen, Digger. Er hat noch... Ich dachte, es war nur noch einer und dann hat mich der zweite gechallengt. War knapp. War knapp, einfach. All right on me für eine Sekunde, Digger. Wie geil. Typhoon, du bist der Beste. Ihr seid alle die Besten. 60 Kills. Aber Hauptsache, DukeX hat am Anfang gecallt, ich hab 10 Kills. Und er sagt, easy 60. Boah, ey, man hat... Das ist nice zu sehen, so. Man hat richtig gemerkt, dass er am Ende auch noch so nervous wurde. Das war halt schon irgendwie 12 bei 130. 126. Wie viele Leute waren in der Lobby? Das will ich gleich mal kurz sehen. Sammy sagt nur, ich soll nicht schreien. Unkorrekt. 126 Kills bei 146. Ganz, ganz krank. Ich sag's nicht, wie es ist. Ich hätte 15 Kills gemacht, wahrscheinlich. Bro, 16k Schaden, komplett krank. Ja, Leute, ey. Ich hoffe, euch hat die Reaktion gefallen. Lasst auf jeden Fall positive Wertungen und kostenlos Abo da. Schaut bei Felix vorbei. Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Morgen um 16 Uhr. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich könnte chillen in einem Blast in Berlin. Aber warum? Ich bleib lieber hier. In einem Loch könnte ich alles verlieren. Deshalb bleib ich bei dir. Wir sehen uns beim nächsten Mal.